guten tag liebe freunde des blitzes jetzt wo wir herausgefunden haben dass der perk wirklich was bringt geduckt spielen und so machen wir noch ein spiel mit willows bald zwar eh schon das ist doch mir ja es ist ja nicht dein fucking ernst dass jetzt noch einer aus der mitte rauskommt oder kämpft gegen drei leute parallel einen mit der granate der andere wo die snipe und dann kommt dann noch der dritte ja ok ein schuss richtig gut die 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 Der Level 14 kommt halt und macht Nahkampf und mein Team haut ab und macht nix, wie immer. Alter, lasst mich doch mal ein bisschen regenerieren. Ich brauche keine Vollenergie gegen euch Noobs, aber ein bisschen brauche ich mal. Keine Chance. Ich soll auch mal ein bisschen Teamfeuer machen. Scheiße, Mann. Ich hätte in dem Moment runtergefallen. Es ist halt auch sinnlos, wenn die sich die ganze Zeit wieder zurückziehen. Mein Gott. Es sind halt mal eben alle. Sehr schön. Okay, nix machen. Die Distanz. Hm. Okay. Ich krieg noch ein Messer durchs Schild ab und dann macht er einen Nahkampf und ich bin tot. Das ist halt echt geil. Übertrieben stark. Hm? Ich kriege mich. Ich kriege mich. Ich kriege mich noch ein Züge. Ich 확stpasst. Hm. ... und dann bleibt es. Ach Gott, was ist hier los? Oh ja. Oh Mann, hey. Nein! Nein! Ach fuck. Stirb. Hey, ich hätte auch Chaos House machen können, aber ich dachte, ich habe ihn auch so. Naja, das war klar. Wieso lenkt der andere dir auch nicht ab? Ich dachte, ich könnte von der Seite kommen. Aber Kurats kann ich. Ach. 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 Nein, mein Gott. Ja genau, gewinnst mit einer Rakete. Ach komm hey, wir haben die doch alle da weg geholt, was ist da los? Mein Gott, wieso haben wir das verloren, wenn ich nur 5 secured hab, ich frag mich wieso. Keine Ahnung, schlecht, tschüss.